Bismillahirrahmanirrahim Schau dir die Ta'wa an, mit dem allerbesten Adab, schreiten wir vor, denn die Zeichen sind wahr, ja die Zeiten sind klar, prophezeit von Rasulallah, es ist Al-Furqan, einer der Namen ist Al-Qur'an, die kommenden Führer der Erde, die Vorreiter tragen die Lasten von Bergen, Brüder und Schwestern voll Ehre, denn wir folgen Propheten, Gefährten, ja wir folgen den Sternen, Schließ dich die Ta'wa an, es ist Al-Furqan, einer der Namen ist Al-Qur'an, die müde dich beim Beten, fokussiert auf den Weg des Propheten, wir folgen Quran und Sunnah, die Welt gegen knapp 300, tausende Männer der Umar, der Sieg wird bald kommen, ihr werdet euch wundern, es ist Al-Furqan, einer der Namen ist Al-Qur'an, du willst was verändern, ich frage mich wann, ein einziger Weg, ein einziger Plan, Die Vorreiter schafft es schon lange im Gang, hoch mit dir, wir ziehen, wir durch das Land, liebst du die Dauer, dann schließ dich uns ein, Sieh deine Fehler ein, du bist nicht fehlerfrei, ich weiß, aber Jum'an Qiyama wird kommen, der Tag der Gerechtigkeit, wir müssen Brüder sein, ohne Spaltung und Lügnereien, wir müssen Schüler sein, von Rasulallah, er sich studieren, für ihre Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017